so hallo zusammen muss mikro richten vielleicht ein bisschen höher vielleicht ist der ton ein bisschen satt aber wir werden sehen das sound nicht der ton das sound sollte alles etwas anders herzlich willkommen zu einem einer kleinen rückschau ja heute ist der erste juli und wir schauen zurück auf den vorangegangenen monat den juno was sich in den systemen mit denen wir uns bislang in unserem projekt der flug des feuervogels beschäftigen denn so getan hat im letzten monat interessante partien sowohl aus der sogenannten meisterpraxis da ist ja die datenbasis die sogenannte megabase referenz datenbank kann man so sagen als auch aus meiner amateur online praxis und da fangen wir mal mit dem abgelehnten form gambit an was uns ja immer wieder gerne beschäftigt und da hatte ich zwei partien im letzten monat eine blitz partie gegen go always formate das glaube ich auch in unserem feuervogel club mitglied hier auf chess.com blende ich mal die spieler daten mit ein haben wir sie ja da haben wir sie sieht man auch die rating zahlen also da im blitzen bin ich ja rating mäßig nicht so stark wie im schnellschach irgendwann mal wieder die 2000er grenze knacken und dann lasse ich das blitzspiel wahrscheinlich auch mal wieder sein blitz blitz ist ja eigentlich nicht mein ding aber hier haben wir beide geblitzt mit bedenkzeit fünf plus fünf ja also fünf minuten grundbedenkzeit und fünf sekunden inkrement und da kommt schon deutlich mehr schach auch bei aufs brett als wenn man ich sag mal das andere extrem drei plus null ja das was bei der was bei der bei den bei der kings arena oder der arena der könige auf chess.com jeden mittwoch gequält wird gespielt wird oder auch bei drei plus zwei das ist eben auch immer noch fast blitz wo es mehr aufs flecken ankommt als auf zumindest als auf als aufs nachdenken aber so instinktschach kann man das auch nennen aber hier fünf plus fünf das ist das schon sehr fast gesagt seriöses schach und hier haben wir f4 e5 gespielt oder schwarz spielt das from gambit und das lehnen wir bekanntlich ab man könnte mal kurz gucken wo ist jetzt mein fensterchen hier hin da hat sich gerade mein fenster ein bisschen verabschiedet da haben wir es wieder faszinierend habe ich glaube ich gerade mal den rechner etwas überfordert also jetzt haben wir wieder also from gambit und from gambit heißt für uns im feuervogel projekt bislang nicht annehmen sondern ablehnen allerdings hier noch schlagen die ablehnung erfolgt jetzt nach d6 mit springer f3 ja das angenehm angenommen er ist ja bekanntlich schlagen und das abgelehnte so wie wir spielen setzt sich fort mit springer f3 schwarz spielt springer c6 das heißt er verzögert jetzt etwas das schlagen auf e5 statt sofort zu schlagen kommt er springer c6 spieler e4 also dass wenn er jetzt wieder auf wenn er jetzt mit d6 schlägt e5 den bauern zurückschlagen würde dann werden wir durch zug umstellung im normalen wenn man so will abgelehnten from gambit wo bereits im dritten zug schwarz dem bauern auf e5 schlägt schwarz tut das aber auch jetzt im vierten zug nicht dann spielt läufer g4 und was man als als feuervogelspieler hier wenn man meiner empfehlung folgt und das from gambit eben entschärfen will durch ablehnung einfach stur machen sollte wenn schwarz dem bauern auf e5 nicht nimmt weiter nicht darüber nachdenken erst recht nicht in der blitzpartie vielleicht doch zu schlagen sondern das so weit hinaus zu zögern dass es wirklich gefahrlos möglich ist ich würde fast sagen wenn schwarz das noch drei weitere züge stehen lässt bis weiß vielleicht sogar kurz ruchiert hat ja gut dann kann man irgendwann mal nehmen weil dann ist es kein gambit mehr der der typischen from gambit art sondern dann ist es mit der nicht mal mehr mit der brechstange sondern dann schon fast eingestellt das heißt hier jetzt so weiterspielen als ob wir das d6 schlägt e5 schon gehabt hätten und dann würden wir auch leufer b5 spielen leufer b5 heißt jetzt den hier fesseln weil also jetzt muss es schon jetzt muss es schon fast kommen also wenn jetzt schwarz auf die idee käme vielleicht springer g8 nach e7 zu spielen um den springer so zu decken dass man nicht mit dem bauern zurückschlagen muss wenn der läufer auf c6 schlägt also wenn er auf diese idee käme dann wäre der zeitpunkt gekommen e5 schlägt d6 dann zu spielen weil dann würde ein schwarzer springer auf e7 ja den läufer f8 daran hindern auf d6 zurückzuschlagen und das ist ja der kernzug des angenommenen vom gambit deswegen spielt das auch schwarz hier nicht sondern jetzt nimmt er die schlägt e5 ja aber jetzt hat man wiederum als weißer als weiß spieler die möglichkeit direkt auszunutzen dass hier auf c6 ein doppelbauer entsteht wenn man schlägt und dann auch nicht warten denn wenn man jetzt einen zug wartet und was anderes spielt dann wird womöglich dann doch mit springer g8 e7 der springer c6 noch mal gedeckt dass man nicht mit dem b7 bauern schlagen muss oder aber dame d7 oder dame d6 erfüllen dann den selben zweck wegschlagen läufer schlägt c6 schach b schlägt c6 und jetzt haben wir das was man mit weiß erreichen will im abgelehnten from gambit nämlich diese nennen wir es mal mutig und nicht so zurückhalten sondern ein bisschen dreist diese total kaputte bauernstellung von schwarz und damenflügel schwarz hat dafür das läuferpaar und wir weiß spieler sagen jetzt ja mach doch ganze läuferpaar kannst du dir und kannst du ein brötchen darauf packen oder was auch immer also auf lange sicht sagt sich hier weiß ist diese bauernstellung von schwarz eine schon fast eine garantie doch bleiben wir mutig schon fast eine garantie dafür dass weiß dass ein entstehendes endspiel gewinnen wird beste aussichten hat aber jetzt ist weiß sowieso noch am zug und tritt den läufer auf g4 überhaupt nichts gegen tausch auf f3 leicht figuren tausch dann hat weiß ja schlägt mit der dame zurück und schwarz hat das läuft sogar wieder hergegeben und schwarz will hier die fesslung aufrecht erhalten aber das weiß auch gar keine probleme mit und tritt ihn noch mal mit g4 das macht ihm gar nichts läufer g6 dadurch hängt e4 und wird mit d3 einfach gedeckt also sowas hier natürlich nicht springer schlägt e5 dame h4 schach könig e2 läufer schlägt e4 das ist vermutlich noch nicht mal so schlecht wie es aussieht aber es sieht ja schon sehr schlecht aus aber auf gar nicht drüber nachdenken sondern einfach mit d3 decken schwarz spielen läufer die sechs weil danach jetzt hätte es vielleicht schon gehangen und wir jetzt wieder den bauern e5 doch decken und springer normale züge jetzt wieder normale züge im sinne von normal für das abgelehnte from gambit der weiße damenspringer strebt vor allem nach c4 das c4 fällt ist das mörderfeld das mordsfeld für den weißen springer wo er ungefährdet stehen wird über lange zeit weil es ja kein b bauern von schwarz und keinen schwarzen d bauern mehr gibt ihn angreifen können auf c4 kann der weiße springer auch nicht von dem schwarz fälligen läufer angegriffen werden dafür die falsche felder farbe der weiß fällige läufer der das könnte der steht ziemlich weit weg und das müsste schon irgendwie durch vorziehen des schwarzen f bauern und läuft 11 7 dahin kommen und der schwarze königsspringer dann er braucht auch ein paar züge um auf ein feld zu kommen von wo aus er überhaupt c4 bedrohen könnte und das versucht er jetzt auch erst mal springer e7 und wir spieler c4 und schwarz spielt f6 und wei spieler e3 und jetzt spielt schwarz c5 denn er will den springer offensichtlich über c6 weiter ins spiel bringen ja aus sicht des springers ist das eine gute idee aber aus sicht aus sicht des läufers ist es keine so gute idee weil der läufer sagt sich jetzt wo gucke ich denn hin ja ich gucke hier gegen eigene bauern auf festgelegten schwarzen feldern also der läufer d6 ist eigentlich jetzt nicht viel mehr wert als ein dicker bauer im moment kann es natürlich noch ändern aber man sieht nicht so man sieht nicht so sehr wie schnell sich das ändert denn die perspektive die der springer auf c6 hat der schwarze die sind ja auf die liegen an den feldern b4 und d4 und beide felder kann weiß ja mit c2 c3 dem schwarzen springer nehmen das wird auch tun erst spielen war dame e2 jetzt kommt der springer nach c6 und spielt weiß c2 c3 und so viel hat es nicht gebracht für schwarz im gegenteil jetzt ist der festgelegte schwarze bauer auf c5 schon mal erklärtes angriffsziel ist ja schon einmal angegriffen einmal gedeckt naja aber mit dame f2 kann man ja noch mal angreifen und die halb offene b linie ist wie üblich im abgelehnten from gambit auch in dieser partie nicht wirklich ein problem für weiß es recht nicht wenn der springer auf c4 steht weil der verteidigt ja auch nach hinten der spielt nicht nur aktiv nach vorne sondern der verteidigt auch nach hinten b2 und es könnte ja eigentlich nur ein turm von b8 dem bauern b2 angreifen aber naja da reicht die deckung durch den springer ja dreimal schwarz spielt damit die 7 und weiß ruchiert sogar cold blooded in die halb offene b linie hinein da kommt so schnell kein angriff über die halb offene b linie zustande der turm alleine der natürlich sehr schnell auf b8 steht mit einem zug der macht es ja nicht ja und die unterstützung von dame oder gar läufer da stehen jetzt hier die die schwarzen die beiden der doppelbauer auf der c linie dazwischen der schwarze springer er im weg nicht dass der trotz ist natürlich richtig jetzt mit schwarz kurz zu hochieren und nicht etwa auch etwa lang ja und weiß spielt jetzt mit dame f2 schon mal auf auf dem bauern c5 und die stellung ist jetzt tatsächlich so dass schwarz um sich irgendwie ein bisschen zu entlasten tatsächlich den bauern hergeben müsste also eigentlich müsste jetzt schwarz den c5 c5 sein lassen ein gambit spielen ja in der hoffnung dass dadurch sich diagonalen öffnen und inaktive figuren ins spiel kommen aber um den preis eines bauern und das wäre eben jetzt mit läufer f7 möglich gewesen aber klar den nimmt man dann auch weg und dann naja hat weiß mehr bauern schwarz hat dafür ein bisschen mehr perspektive als vorher aber weiß steht besser ja also ein bisschen was an kompensation hat schwarz aber das ist es nicht wert also muss man sich keine sorgen machen das ist jetzt nicht irgendwie ein ein spielbares gambit sondern das ist ein gambit aus dem aus der abteilung hoffnung die aber schwarz hier nicht für sich gesehen hat und er stattdessen mit dame e7 den angegriffenen bauern erstmal weiter verteidigt hat ja gut aber dann ist jetzt weiß dran springer h4 greift den läufer auf g6 an so wenn der jetzt nach f7 nach f7 zieht ja und damit dann gibt er das feld f5 frei und dann ist nach springer f5 und angriff auf die schwarze dame die wegziehen muss fällt der bauer auch deswegen lässt schwarz den läufer auf g6 stehen und spielt stattdessen a5 jetzt kommt der springer trotzdem nach f5 aber der kann jetzt natürlich geschlagen werden aber natürlich g schlägt f5 und nicht etwa nicht immer so etwas ja man wüsste ja nicht warum g schlägt f5 öffnet die g linie halb das ist aber mehr als wirkungsvoller als der als die öffnung der halb öffnung der b linie aus schwarzer sicht weil das was über die g linie kommt hat deutlich mehr druck als der schwarze möglicher schwarzer angriff über die halb offene b linie die den schwarz natürlich jetzt versucht ja wir haben ja auch jetzt hier entgegengesetzte rohan das heißt grundsätzlich schon mal etwas verschärftes verschärftes spiel weil beide seiten eben ohne rücksicht auf den schutz des eigenen königs den jeweils gegnerischen könig angreifen können und schwarz versucht das jetzt mit a4 und weiß jetzt sich auf die stellt sich auf die halb offene g linie schon mal mit einem turm und es ist es droht ein wenig läufer h6 der läufer an anders als der läufer der ja hier nicht in die richtung gucken kann weil der weil ihm der eigene bauer da im weg steht schaut der weiße läufer durchaus nach h6 der bauer g7 ist ja zunächst mal gefesselt und im moment würde das nur daran scheitern dass schwarzer mit turm f7 f8 nach f7 entspannt vielleicht auch nicht entspannt aber auf jeden fall abwehren könnte nichtsdestotrotz ist das jetzt natürlich eine stellung wo man mit schwarz durchaus sich auch überlegen könnte schon mal prophylaktisch den könig rauszuziehen ja aus der aus der halb offenen g linie aber auch dann spielt weiß turm g3 um die turm auf der g-linie zu verdoppeln und der druck ist deutlich stärker und schneller als das gegenspiel von schwarz über die halb offene b linie hat aber schwarz nicht gespielt sondern gesagt ich mache gleich druck mit springer a5 und der aber weiß tauschen ab ja der springer auf c4 hier das ist ein traumfeld ja da will man eigentlich nicht weg aber den den schwarzen springer abzutauschen schafft eine andere form von vorteil turm muss ja zurückschlagen und jetzt wäre es der geradlinigste plan wieder gewesen turm g3 und turm verdoppeln auf der g turme verdoppeln auf der g-linie man kann aber auch mal eine kleine falle stellen ja und das tut weiß jetzt indem er turm d2 spielt turm d2 heißt naja ich überdecke mal auf über die zweite reihe b2 ist ja definitiv der punkt den schwarz angreifen will ja das ist der angriffspunkt und überdeckt ihn jetzt war zwischen vorher auch von der dame überdeckt aber turm ist natürlich ein bisschen angenehmer als deckungsfigur und unabhängig davon kann der turm natürlich dann auch nach g2 und wir haben eine die verdoppelung der türme auf der in der halb offenen g-linie auf diese art und weise es ist aber eben auch die kleine falle die weiß hier stellt und die schwarz dann eben auch hinein tappt indem er turm b8 spielt was ja zunächst mal naheliegender erscheint nach dem motto ich brauche ich verteidige nicht am königsflügel sondern ich verteidige aktiv durch gegen angriff am damenflügel aber durch turm f8 nach b8 kann der turm f8 nicht mehr nach f7 damit ist jetzt die alte drohung läufer h6 wieder da und wie die da ist jetzt ist das nicht mehr das ist das nicht mehr zu zu verteidigen der punkt g7 deswegen spielt schwarz konsequent weiter und weiß bei sich nicht muss noch nicht auf g7 schlagen er kann noch ein tempo zug machen mit mit bauer c3 nach c4 warum naja der tempo zug legt den schwarzen mit mit tempo den schwarzen c5 bauer fest das heißt irgendwelche ideen noch von schwarz hier mit so einem mit so einem durchbruch so mit einem vorstoß opfer irgendwie diesen läufer so oder wie auch immer ins spiel zu bekommen die erledigen sich nach c3 c4 deswegen ist das ein ein versteidigungszug der angegriffene schwarze turm muss natürlich ziehen sieht nach b7 ja und jetzt schlägt man erst auf g7 ein turm schlägt g7 schach ja die schwarz bekommt turm und läufer für dame und bauer aber nicht nur das material ist gewinnträchtig für für weiß sondern auch die die position die stellung denn dame h4 droht jetzt matt angriff zu starten mit turm g2 schwarz spielt läufer e7 um den bauern f6 zu verteidigen es kommt um g2 schach der schwarze könig muss ohne genommen der darf nicht die ecke rein da geht er kaputt läuft versucht über f7 wegzulaufen aber in dem nächsten paar zügen zeigt sich wie unkoordiniert die die schwarzen figuren sind die eben eigentlich hier auf angriff ausgerichtet waren und nicht insbesondere die doppeltürme in der halbe offenen b linie und nicht auf irgendeine art von verteidigung und schwarz schlägt auf h7 mit schach der könig läuft nach e8 der turm läuft nach zieht nach g7 angriff auf den läufer der wird mit c7 c6 gedeckt also scheinbar kommen die beiden türme jetzt über die auf der achten und der siebten reihe wieder ins spiel aber leider auch nur scheinbar weil weiß kann schein opfern auf e7 turm schlägt e7 ist ein ablenkungs opfer weil der schwarze turm von b7 muss schlagen aber dadurch fällt nach damen g8 schach könig die sieben der dann ungedeckte turm auf b8 und die nummer ist durch ja war eine schöne blitzpartie zwei spieler gleichen rating so eine knapp unter 2000 oder mitte zwischen 1900 und 2000 blitz rating und das motiv war oder die idee tiefer hier im im from gambit im abgelehnten from gambit dass schwarz die das schlagen auf e5 verzögert was in der praxis öfters vorkommt aber nicht so auf die total radikale geschichte hier irgendwas mit g7 g5 sondern eben springer c6 nach dem motto vielleicht lächst ja doch auf d6 ne tut man nicht man spielt e4 und die nächsten züge die man jetzt spielt mit mit weiß wenn jetzt nichts irgendwie was völlig verqueres kommt wenn schwarz jetzt bevor er auf e5 zurückschlägt d6 schlägt e5 bevor er das macht wenn er leicht figuren entwicklung betreibt die auch die auch spielen würde wenn man schon auf wenn er schon auf e5 geschlagen hätte ich meine damit wenn er jetzt hier normal den schlägt und den man spielt und dann dann vielleicht springer c6 und läufer g4 und läufer b5 das kennt man ja dann ist es ja dieselbe stellung wie wenn er noch nicht auf e5 schlägt sondern erst springer c6 spielt dann spielt man e4 läufer g4 dann spielt man läufer b5 also ist im grunde genommen dasselbe man wartet nur darauf dass das dass das passiert und das muss auch jetzt passieren denn wenn so etwas kommt dann wenn der läuft relativ einfach zu merken würde ich sagen wenn der läufer nicht auf d6 zurückschlagen kann dann kann man in die annahme des gambits wieder zurückschwenken weil das ist dann keine froben gambit mehr wo man mit schwarz sagt dazu war schwarz zu viel kompensation zumindest in der praxis das ist mir der praxis zu kompliziert dann kann man es machen aber wenn er das nicht gut dann wird er irgendwann selber mit d6 von d6 aus mit dem bauern auf e5 zurückschlagen ja und dann so durch zukunftstellung in einer form der ablehnung des froben gambits die genau das ist was wir haben wollen die genau das ist was wir mit weiß haben wollen wo man mit weiß einen wunderbaren plan hat wo schwarz auch nichts böses ahnt und schwarz auch nichts böses ahnt wenn er die partie sich hinterher anguckt wenn er hinterher eine analyse drüber laufen lässt dann wird ihm jetzt ja auch noch die engine sagen ja weiß steht ein ticken besser aber eigentlich die stellung ausgeglichen ja für eine engine ja aber für einen menschlichen spieler ist das mit schwarz schwierig weil wenn er die schwächen hier nicht weg kriegt und die kriegt eigentlich nicht weg dann wird mit zug für zug für zug je mehr ist ins endspiel geht je mehr viel weitere figuren abgetauscht werden umso mehr kippt auch die engine bewertung aber die kann uns ja egal sein also wir wollen es ja spielen also kippt zugunsten von weiß und das war der partie hier genauso gut zweite partie die ich euch zeigen wollte wo sich das fenster wechseln wo sie auch im letzten monat gespielt ist vor ein paar tagen haben sieben zwanzigsten sechsten und das ist ja das ist dann noch blitzigeres blitz tatsächlich drei plus zwei ja ja der moritex der verstößt manchmal auch gegen seine eigenen empfehlungen aber es soll ja auch soll ja auch leute geben die genau wissen dass es nicht gesund ist wenn sie wenn sie ein fast food restaurant gehen und einen hamburger bommes und cola essen oder trotzdem mal machen ja in maßen geht das ja auch hier habe ich auch in maßen auch mal drei plus zwei geblitzt also drei minuten grundbedingzeit und zwei sekunden inkrement gegen einen spieler mit dem nick dialysen farias oder so ähnlich da liegen jetzt sehr viele punkte rating punkte zwischen ja also das da hat jetzt weiß 500 rating punkte mehr aber waiting 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 spielt ja nicht mehr menschen spielen ja und auch hier haben wir from gambit ja also da traut sich auch ein spieler mit einem mit einem blitzwertigen von 1.430 gegen 1.1957 weiß spieler das fromgabit zu spielen also gesehen schon mal hut ab und auch hier wird das schlagen dass das nehmen auf e5 von schwarz verzögert weiß schlägt erstmal d6 und weiß lehnt wieder die annahme des gambits ab und auch hier spielt schwarz jetzt etwas anderes schlägt nicht auf e5 spielt die auch nicht springer b8 nach c6 und spiel läufer g4 und auch hier gilt wieder derselbe grundsatz naja e4 so als ob er auf e5 genommen hätte hier setzt jetzt weiß fort in dem auf f3 schlägt dann schlägt der dame zurück immer mit der dame schlagen hier ist es offensichtlich dass das wäre noch eine größere katastrophe eigentlich wenn diese schacht dann käme aber grundsätzlich wird mit der dame auf f3 zurückgeschlagen ja und jetzt schlägt schwarz dann doch auf e5 so jetzt ist natürlich läufer b5 eher nicht angesagt weil es steht ja kein springer auf c6 und fesseln könnte naja wenn da keiner steht dann ist das schach auch sinnlos ja im gegenteil tut man ihm fast noch den gefall der c7 c6 spielen kann da muss man mit dem läufer wieder zurück und springer f6 jetzt steht weiß immer noch besser ja leicht besser aber das muss man nicht wenn die weiße dame schon auf f3 steht ja wo guckt ihr denn hin von f3 aus ja da guckt sie hin nach f7 was steht ja kein fb mehr im weg kein eigener kein eigener weißer ja dann spielt man läufer c4 gucken ja ja beide hierhin auch mit roten und grünen fallen warum die jetzt unterschiedliche farben haben muss ich was gedrückt habe ich wollte aber es verdeutlicht ist ja nur umso mehr so und schwarz spielt naheliegend springer f6 dazwischen naheliegend aber schlecht war schwarz war hier schon gezwungen den 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 angriff auf f7 direkter abzuwehren nicht indirekt ja und die direkte abwehr ist dame nach d7 also decken was schwarz gespielt hat ist die indirekte abwehr springer f6 nämlich eine an eine angreifenden figur den 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 blick zu versperren oder den durchmarsch zu verwehren der weg ist versperrt wie es so schön heißt im herrn der ringe dritter teil der pfad der toten ja gut also der schwarze schulig springer ist aber mitnichten tod sondern sehr lebendig und versperrt aber er versperrt eben nur und damit wäre jetzt für weiß die möglichkeit er deckt nicht f7 noch mal damit hätte jetzt weiß eigentlich es hat weiß aber übersehen damit b3 spielen können und hier doppel drogen aufstellen nämlich f7 und b7 und hätte bereits ein bauern gewonnen so einfach kann es gehen auch im abgelehnten vorm gambit und das wäre jetzt kein kein bauer mehr für weiß wo schwach sagt das ist jetzt mein gambit bauer sondern und er ist einfach weg der wäre einfach weg hat weiß aber nicht gesehen blitzpartie halten oder weiß spielt seinen stiefel beispiel sein ja fast schon eher positionellen stiefel im abgelehnten vorm gambit und spielte drei und schwarz spielt auf c5 und weiß sagt sicher den stiefel kennen wollen läufer g5 den fesseln und nicht nur fesseln sondern wirklich auch jetzt hier das ist das ist eine drohung jetzt hier zu schlagen und schwarz auf der weise doppelbauern zu machen auf dem königslügel oder gar die damen zu tauschen auf f6 wenn die schwarze dame zurückschlägt und schwarz ist das nicht geheuer und spielt den läufer nach nach e7 zurück da ist es natürlich nahe eigentlich naheliegend der springer b nach d7 zu spielen um nicht ein tempo verlust zu haben aber auch dann kann es weitergehen springer b d2 c6 läufer b3 a5 a4 und weiß ist okay weiß ist okay aber schwarz spielt läufer e7 und schwarz spielt schwarz spielt läufer e7 und weiß spielt natürlich trotzdem springer nach d2 der muss gar nicht nach c3 ein bisschen flexibler stehen denn es kann ja immer noch springer b8 nach c6 kommen theoretisch und dann kann natürlich läufer b5 mit der idee hier doch noch einen doppelbauern zu erzeugen und danach den springer nach c4 zu spielen kann ja immer noch kommen weiß schwarz ruchiert kurz und weiß spielt c3 auch deswegen das ist eine logik auch wenn man den springer den da weißen damen springer nach d2 entwickelt dann auch die möglichkeit auch nutzen nicht nur als möglichkeit stehen lassen sondern in die tat umsetzen den weißen bauern nach c3 zu stellen der jetzt hier schwarz die felder d4 und b4 einfach wegnimmt schon mal prophylaktisch ne schwarz spielt c6 damit ist auch klar da gibt es keinen tausch auf c6 mehr und weiß spielt jetzt sehr aggressiv mit langer hochrad ja das kann schwerlich das beste sein aber es ist das aggressivste ja entgegengesetzt hochraden schwarz hat keine bauern schwäche wie in der ersten partie wo wir schwarz hier diesen 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 furchtbaren doppelbauern und den isolierten a bauern den darf man nie vergessen wenn man von den bauern schwächen dann das spricht der ist nicht nur ein isolierter c bauer der in der ersten partie entstanden ist sondern es entsteht dabei automatisch auch ein isolierter a bauer ein randbauer und das ist eine schwäche eine andere schwäche am rand etwas schwieriger zu knacken aber schwäche ist trotzdem hier gibt es das nicht aber dafür hat jetzt ja auch weißes läufer paar nicht schwarz schwarz spielt b5 klar wir haben entgegengesetzt hochraden das heißt an beiden seiten kann es jetzt einen einen königs angriff geben im regelfall verbunden mit bauernsturm läufer b3 zurück a5 der schwarze bauernsturm kommt und das ist jetzt weiß etwas zu forsch also die lange hochrad die war noch akzeptabel würde ich mal sagen nicht das beste weil eigentlich diese verschärfung so nicht nötig war aber das ist nun mal zu forsch g4 warum naja weil jetzt kann schwarz mit tempo hier fortsetzen und dann gleich noch a3 hinterher ja da muss man ja mit b3 das am damenflügel etwas dicht machen und ja dann ist c5 räumt dann das feld für den schwarzen damen springer und da tut sie schon ein bisschen was ja würde ich sagen aber auf g4 zieht jetzt schwarz mit dem anderen bauern vor dem bauern statt mit dem a bauern und weiß spielt mit dem h bauern auf hier das ist ja der klassiker entgegengesetzt hochraden beide seiten greifen an und da ist ja immer der spruch für schach poesie album bei entgegengesetzten hochraden verliert meistens der spieler der zuerst anfängt sich zu verteidigen erst recht wenn die verteidigung noch nicht zwingend erforderlich war war also solange wie möglich den gibt dem gegnerischen angriff begegnen indem man selber auch seinen eigenen angriff am anderen flügel vorantreibt also gegenspiel 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 und noch mal wieder gegenspiel und der erste der anfängt sich zu verteidigen verliert meistens die partie erst recht wenn die verteidigung noch nicht erzwungen war aber dann kann man ja nicht anders erzwungen ist erzwungen a4 läufer c4 b schlägt c3 und jetzt sieht man so ein bisschen den nachteil von dem von der von dem vorstoß des bauern also den bauern von schwarz zum aktiven zum angriffs keil zu machen vielleicht kann man es so bildlich ausdrücken zum rambock zu machen weil das tauschen auf c3 öffnet zwar jetzt die b linie aber nicht auf eine besonders bedrohliche art und weise es ist alles ein ticken zu langsam der springer der schwarze damenspringer blockiert noch das feld b8 das heißt da kommt turmer auch nicht so schnell hinterher und schwarz zieht weiß sich jetzt einfach den könig nach c2 vor und sagt sich wo ich komme entspannt rechtzeitig jetzt mit dem turm auf b1 und dann wird deine dame die schwarze dame auf b6 die wird vertrieben und dann ist mein angriff wiederum im königsklügel schneller gleich mal gucken springer bd7 zum b1 das immer schon damit c5 ja klar sieht immer irgendwie noch so ein bisschen aus als ob es hier einbruchsfelder geben würde die geben aber nicht erst recht jetzt nicht weil es macht einfach mit turm b4 da war es zu giftiger aber auch kniffliger wäre läufer e3 gewesen mit angriff auf die dame und verbinden und dann läufer e3 in verbindung mit g4 g5 also der leute eben steht der läufer noch auf g5 und der würde hätte jetzt hier mit tempo das feld verlassen können um dem dahinterstehenden g4 bauern den vorstoß zu ermöglichen und dieser vorstoß würde ja den schwarzen königsspringer hier vertreiben denn nach h5 könnte er ja nicht da würde ja die weiße dame darauf ziehen dame d6 g5 springer e8 turm hf1 das wäre so die idee ja und alles was irgendwie nur kann in dem fall drei figuren ziel nach f7 das nur zweimal gedeckt ist aufläufer e3 ich sage es ist ein bisschen kniffliger weil dame a3 wäre ja denkbar nicht gut aber denkbar da muss man damit weiß natürlich schon auch sicher sein dass da nichts passiert g5 springer e8 turm b7 springer c5 turm schlägt e7 und dann irgendwie so wilde sachen wie springer b3 turm schlägt f7 dame a2 schach könig d1 passiert nichts für weiß aber da lässt man sich jetzt auch nicht erst rechtlich in der blitzpartie so ohne not drauf ein deswegen ist läufer e3 hier in dieser stellung das beste aber eben auch das kniffligste und mit einem gewissen restrisiko verbunden dass man da was übersieht und deswegen auch unnötig und eigentlich auch nicht zu empfehlen da ist das gespielte turm b4 eigentlich auch der für den menschen empfehlenswertere zug weil es ist gut genug turm fb 8 turm hb 1 turm schlägt b4 jetzt c schlägt b4 dame d4 ja sieht auch noch vielleicht nicht gerade bedrohlich aus aber halt ja dame steht zentral ja nicht lange läufer e3 dame d6 und jetzt g5 das kann man ja also nach dame d6 droht jetzt erstmal wirklich gar nichts von schwarzer seite dann kann man den angewandte fortsetzen turm b8 nach springer ob sie nach springer e8 ja ist klar ist sofort partie vorbei dame schlägt f7 könig h8 dame g8 matt der punkt f7 ist einfach zu schwach deswegen versucht es war jetzt hier noch mit turm b8 aber das kostet natürlich die figur und es ist nicht es gibt nichts es gibt nichts mehr zum als verstärkung des des schwarzen angriffs das in irgendeiner weise nicht nur diesen figuren verlust rechtfertigt sondern überhaupt auch nur noch fuß chancen ergibt denn mit läufer c5 dame die 7 ja begibt man sich in die kunst der vereinfachung mit weiß nur munteres abtauschen ist angesagt mit a3 wird der punkt b4 noch mal befestigt damit die 6 jetzt kann nachdem der punkt b4 befestigt ist der turm wieder zurück auf die f linie und das spiel gegen f7 weiter mit fortsetzen versucht schwarz jetzt hier noch so ein hebel anzusetzen um hier noch irgendwie was 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 aufzumachen und dann mit dame und turm irgendwie auf dauerschach oder was auch immer zu spielen aber der bauer zieht einfach vor entzieht sich der entzieht sich dem hebel da hilft ihm ja sein läufer kollege auf c4 mit der schönen unterstützung schwarz spielt noch turm d8 weiß spielt turm g1 denn nach dem verschwinden des weißen gebauern ist ja auch jetzt g7 ebenfalls eine schwäche vom schwarzen könig deswegen zieht schwarz den vor damit hat sich aber jetzt wiederum f6 weiter geschwächt und dahinter auch f7 entsprechend auch weiter geschwächt deswegen geht der turm wieder zurück nach f1 könig g7 scheint alles zu halten dame e3 räumt das feld für den springer turm d7 will den punkt f7 noch mal überdecken der springer kommt auf das freigeräumte feld nach f3 schwarze springer greift mal die weiße dame an die stellt sich aber schön nach g5 naja gut muss der springer wieder zurück jetzt wird auf e5 geschlagen und nach dame b6 springer g5 h6 gibt es jetzt die kunst der vereinfachung natürlich ist die partie gewonnen allein schon materialmäßig aber jetzt kann man auch und das ist die kunst der vereinfachung man wickelt jetzt ab man gibt quasi das gesamte mehrmaterial als weißer zurück und wickelt ab in ein gewonnenes bauernendspiel also man 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 tauscht den materiellen vorteil jetzt komplett ab gegen die berühmte quadratregel in dem man auf f7 mit dem springer einschlägt der turm schlägt der läufer schlägt der könig schlägt und jetzt dame schlägt f6 auch noch rein dame schlägt turm schlägt könig schlägt das heißt das ganze material das mehrmaterial von von weiß ist weg und man spielt b6 weil das ist die quadratregel die man jetzt als sein 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 gewinn weg eingepreist hat das ist das quadrat und der schwarze könig befindet sich nachdem er auf f6 sich satt gefressen hat außerhalb des quadrates kann den freibauen also nicht aufhalten und ob es das war jetzt hier wollte ich das quadrat machen und zieht einfach den freibauen vor und gewinnt die partie und schwarz gibt auf abgelehntes from gambit in einer blitzpartie in der schwarz wie auch in der ersten partie die war die aus dem juni war hier nicht auf e5 sofort zurück schlägt sondern ist hier mit läufer g4 versucht ziemlich egal ob läufer g4 oder oder springer c6 die idee des schwarzspielers ist wieso schlägst du nicht auf d6 während schlag danach also viele schwarzspieler wollen die option aufrecht erhalten auf dem brett dass es doch noch zum angenommenen from gambit kommt ja und das kann man also wirklich mit der brechstange nur mit der g5 variante spielen ja wirklich sehr selten aufs brett kommt ansonsten ist springer c6 oder läufer g4 sind so die beiden hauptzüge die da in frage kommen von schwarz so zu behandeln von weiß so zu behandeln als ob schon d6 schlägt e5 passiert wäre ja also sowohl hier spielt man e4 als auch hier spielt man e4 und wenn jetzt geschlagen wird haben wir durch zukunftstellung dies normale abgelehnte from gambit aber wenn es auch so weitergeht ja dann spielt man eben auch so weiter als ob es schon passiert wäre irgendwann oder sehr relativ zeitnah also wenn nicht im dritten daneben im vierten oder im fünften zug also bis zum sechsten wird schon schwierig das hinaus zu zögern muss dann schwarz auf e5 schlagen ja denn wenn er sonst anfängt seinen der weiße bauer auf e5 verhindert ja auch dass der schwarze königsspringer nach f6 kann und wenn der schwarze königsspringer nach e7 geht dann ist der punkt gekommen zu sagen so meister jetzt nehme ich den gabit bauer doch e5 schlägt die sechs weil dann kann er mit dem läufer von f8 aus kann der schwarzspieler nicht zurückschlagen und damit hat das fromgabit seine seine gefährlichkeit verloren und weiß kann den bauern wirklich einkassieren das waren die zwei partien aus dem juno im abgelehnten fromgabit in der meisterpraxis hat sich im juno gar nichts getan beim abgelehnten fromgabit das wird ja sowieso sehr selten gespielt da kommt selten neues material dazu was einfach daran liegt dass die die meisterspieler ja mit weiß wenn sie die börter öffnen den feuer vogel spielen ja wissen wie man das fromgabit annimmt ja trotzdem würde ich da auch so manchem empfehlen die ablehnung zu spielen weil das angenommene fromgabit geht ja dann auch ist auch im juni oft genug die hose gegangen für die weiß spieler das ist ja der grund warum ich sage lehnt es doch mal ab und leitet euren auf taktiken und königs angriff abzielenden schwarz gegner mal etwas positionelleres auch schon aus schachpsychologischen gründen hat es in der meisterpraxis aber im juni nicht gegeben da warten wir mal ab was der nächste monat der juli geht da gegebenenfalls bringt aber aus der meisterpraxis aber was anderes nämlich formgabit mit vertauschten fahren und zwar fensterwechsel wo ist der gute david da ist und welchen david meine ich ich meine dieses david david haul also schönes kleines bild sogar das foto da unten mit drin david haul großmeister aus england großbritannien aber ist sogar aus engländern im engeren sinne mit einem hier mit einem blitz rating von 2658 also schon fund und wir haben hier eine jahre an der blitzpartie gespielt auf dem of chest.com berühmte title tuesday und die partie ja die ist nicht aus dem juno dass das muss ich jetzt in meiner schande gestehen mir ist ja aber erst jetzt im juno erst aufgefallen sie ist aus dem märz 2021 also sie ist schon ein bisschen älter aber sie ist mir jetzt erst aufgefallen und deswegen schicke ich sie sozusagen als nach 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 zügler hier mit in die in die in die büt aber zu dem was hier gespielt wurde f4 f5 gibt es ja im meisterschach nicht allzu viel das ist ja die sogenannte symmetrie variante in der auch die wenigsten dann die wie haul hier unser form gambit mit vertauschten farben spielen er spielt ja gegen alexandro wasile david woher auch immer mit einem blitz rating hier in dem title tuesday turnier da wo er nur titelträger auf chest.com immer dienstags spielen in mehreren turnieren ich glaube es ist inzwischen sogar drei am tag die die hintere spielen also mindestens zwei also schon zwei giganten im vom 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 rating her und title tuesday blitz turniere sind meines wissens waren es auch zu der zeit drei plus zwei turniere also auch schon fast blitz aber mit inkrement ja schwarz schlägt nimmt es an weiß spielt d3 es gibt ja bekanntlich auch die wagner das wagner gambit im engeren sinne mit springer c3 spielt aber d3 und schwarz nimmt so richtig an hier könnte man ja auch noch verzögert ablehnen oder so wie alexander 1 mit e3 ablehnen passiert hier nicht wird geschlagen läufer schlägt d3 springer f6 also die grundstellung des angenommenen form gambits mit vertauschten farben und hier bin ich ja ein großer freund und so selten wie es bei mir auch aufs brett kommen traue ich mich ja eigentlich meistens g4 zu spielen ein zug der objektiv nicht der beste von den beiden zügen ist die es hier gibt aber der schärfste und auf sicherheit mit sicherheit interessant und wenn schwarz nicht genau weiß was er tut auch wirklich sehr bedrohlicher als das objektiv stärkere was aber haul hier gespielt hat und das springer f3 und das ist schon mal schon sehr schön weil das bekommt bei mir ja eher seltener zu sehen weil ich einfach tatsächlich g4 spiele schwarz spielt hier e6 und hier gibt es vier möglichkeiten wie weiß fortsetzen kann oder sollte das findet ihr ja auch in unserem theorie kapitel zum unserer theorie datenbank cloud datenbank zum form gambit mit vertauschten farben könnt ihr hier unter unter patreon mit dem mit dem link direkt euch die cloud datenbanken aufmachen im browser noch mal kleine erwähnung da braucht man keinen da braucht man kein chess base für nicht mal den chess base reader das geht direkt aus dem browser heraus die daten die projekt datenbanken zum feuer vor sind alle als cloud datenbanken organisiert man kann sich auch runterladen wenn man dann will natürlich eine pgn format und dann mit seinem eigenen schach datenbank weiter damit arbeiten aber es geht eben auch ganz entspannt im browser aus der cloud heraus so und hier habe ich ja bislang vier fortsetzungen mal zur diskussion gestellt das ist einmal dame e2 lofe e7 springer c3 und weiß hat kompensation für den gambit bauern das ist eine ausgeglichene stellung aber halt eine gambit stellung also man muss dann eben auch die kompensation immer weiter nachweisen oder direkt selber springer c3 auch dann läuft e7 aber dann kann man springer e4 spiel und schon mal zentralen springer druck ein bisschen erhöhen dann gibt es die theorie fort setzungen also zumindest hat lakwada das in seinem buch oder lakwada ich weiß gar nicht mal richtig ausspricht angegeben als eigentlich das beste springer g5 da wäre ich aber vorsichtig also die empfehle ich auch nicht diese theorie fortsetzung weil die drohung gegen h7 die lakwada hier sieht die gibt es eigentlich nicht die ist ja nicht gar nicht da ja also wenn schwarz mit d5 fortsetzt dann ist das eigentlich keine drohung springer schlägt 7 springer schlägt 7 dame h5 schach könig nach d7 und nicht etwa nach e7 läufer schlägt h7 g6 und dame schlägt g6 läuft in dame h4 schach g3 und dame schlägt h7 da sehe ich jetzt nicht so die kompensation für für weiß dafür dass ein bauer wie eine figur weniger hat und ja zwei verbundene frei bauen auf der h und g linie aber es ist eine figur weniger also springer springer g5 sehe ich in der stellung hier nicht aber dass die vierte option die haul hier gespielt hat dieses natürlich auch da kurz hoch an läufer c5 schach könig h1 so und hier sind wir bei uns im projekt bisher bei einer zug folge springer c6 a3 um hier was zu machen vielleicht sogar so was weiter fortzusetzen a5 das ist bisher ist unsere projekt fortsetzung empfehlung wenn es das wort gibt und da sind wir im moment auch hier analytisch der meinung dass das für weiß spielbar ist dass dieses das weiß für den geopferten gambit bauern kompensation hat durch den entwicklungsvorsprung und durch die möglichkeiten eben auf den schwarzen königsflügel zu spielen da steht ja vor allen dingen der kamerad ja schon bestens und der kann nicht so leicht vertrieben werden weil sprich kann ich nach b4 und sprich kann ich nach e5 und der hier ist hat hat noch ein gewisses entwicklungsproblem und wenn man den den bauern vorzieht um das entwicklungsproblem irgendwie zu lösen dann wird der halt sehr rückständig hier hat schwarz nicht springer c6 gespielt sondern sondern gleich hochiert macht vermutlich keinen großen unterschied allerdings spielt jetzt haul mit weiß hier c4 da bin ich mir jetzt nicht so sicher ob das der richtige weg ist gucken wir mal schwarz versuchte das thema entwicklung seines seines weißfälligen läufers mit der ferne schittierung in den griff zu kriegen beispiel springer c3 läufe b7 und jetzt wäre es immer noch wohl der zeit gewesen hier haben mit a3 erst mal am damenflügel fortzusetzen aber weiß spielt deutlich angriffslustiger mit springer g5 und es sieht fast so aus dass aber auch jetzt springer g5 jetzt nicht die tödliche drohung ist nach der es am ersten blick aussieht und schwarz spielt auch knochentrockenspringer c6 weiß führt mit springer c nach e4 den zweiten springer mit an den königslügel rein und da wird der erste schon mal getreten weiß tauscht auf f6 mit schach ja und jetzt hätte schwarz cold blooded mit dem bauern zurückschlagen müssen weil das hier ist tatsächlich nicht so eine starke drohung wie man wie es vielleicht aussieht weil nach es sind ja der springer g5 ist ja von zwei bauern angegriffen nicht nur von einem so dass schwarz hier ruhigen verteidigungszug spielen kann dame e7 der verteidigungszug besteht darin dass wir jetzt etwas hier haben was auf der siebten reihe wirkt das heißt sowohl dame h6 dame g6 ist nicht so sehr das problem und damit muss der weiße königsspringer ja wieder ziehen oder ist jetzt nicht der königsspringer ist der einzige springer jetzt noch gibt der weiße springer muss ziehen muss zurück und damit hat der hat der angriff von schwarz von weiß schon ordentlich an schwung verloren schwarz hat den angriff erstmal abgewehrt und ja ich glaube das kann man spielen aber hier hat jetzt schwarz mit der dame genommen das ist die sache natürlich schon komplett anders aus weil jetzt jetzt springer hassen wirklich eine drohung ist eine gabel springer gabel ist entweder war schwarz das nicht gesehen oder aber er hat es gesehen und war sich bewusst dass dieses dass das ein bewusstes qualitätsopfer ist weil die schwarze damals mit d4 auf d4 natürlich sehr stark reinkommt und jetzt hat er im grunde genommen schwarz entwicklungsvorteil weil das hier steht noch unter unentwickelt da und das hier ja schaut ja nun ganz wunderbar in richtung des weißen königs natürlich muss man den turm erstmal nehmen also die qualität erstmal nehmen anders geht es ja nicht und erneut verzichtet weiß auf a3 um sich irgendwie ein bisschen zu entlasten ja sich ein bisschen zu entlasten selbst wenn dann irgendwie a5 kommt also wenn schon mal a2 a3 gespielt ist dann ist ja vielleicht turm a2 b3 ne und irgendwie hier oder hier rüberkommen ist ja vielleicht eine idee stattdessen bietet weiß mit läufer e2 schon mal gleich den damentausch an was natürlich gute idee ist aber was ich weiß nicht unbedingt machen muss wieder zurück wieder zurück ja gut jetzt sagt sich jetzt sagt sich weiß erstens habe ich als weiß spieler über 200 rating punkte mehr und es ist ein blitzturnier in dem es um was geht und dann lassen wir doch mal also später a3 jetzt doch also keine einzugwiederholung a5 und neben der von mir gezeigten vielleicht etwas tollpatschige idee den turm über die zweite reihe rüber zu bringen gibt es natürlich noch eine andere idee die man mit weiß jetzt spielen kann nämlich den turm nach b1 zu spielen und auch dann mal über b4 nachzudenken hat aber nicht gespielt hat schon wieder läufer e2 gespielt bietet wieder den damentausch an ja und schwarz sagt sich nur eigentlich nicht und wieder zurück und wieder dahin und wieder kein turm b1 aber jetzt auch kein läufer e2 sondern jetzt damit c2 und das ist ein typischer zug um eine zugwiederholung zu vermeiden ja das ist jetzt kein zug wo weiß sagt ja ja das hat den habe ich eben nicht gesehen das ist ja bestimmt der beste zug sondern er will einfach die zugwiederholung vermeiden und spielt einen deutlich schwächeren und jetzt ist eigentlich kippt die stellung eigentlich für schwarz war also richtig sprich 5 warum naja die grundreihe ist so schwach schlag schlag ist ja kein matt aber jetzt schon schön das ist schon schön deswegen geht das nicht auch springer e5 aber ich bin ja 5 droht ja nun was also springer 5 droht erst mal ganz platt den anzugreifen und droht auch noch hier irgendwie weiter zu kommen also springer e5 ist ein killer zug der läufer zieht weg damit beides verhindert wird dass er nicht mehr auf d3 verloren geht und der schwarze springer nicht nach g4 kann und schwarz spielt läufer e4 und das gibt den vorteil quasi wieder aus der hand das gibt den vorteil erstmal wieder aus der hand turm f6 und erst nach sowas wie läufer h5 läufer e4 wäre die die korrekte fortsetzung gewesen aber gut läuft 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 hier ist ja naheliegend läuft hier ist ja naheliegend dame d2 ist ebenso naheliegend jetzt möchte weiß ganz ganz gerne wie eben auch quasi die damen tauschen und die keine sprung nach d3 das hier wäre natürlich jetzt nicht so prickelnd jetzt hier den bauern zu holen weil ob es nicht so sondern so nach so damen tausch ist eine figur weg also ja vielleicht nicht so gut und ja gut den springer nach g6 zurück welche eher eine option gewesen damen tausch damen tausch läufer f3 läufer c2 g3 c5 sowas also da ist jetzt trotz qualitätsnachteil eigentlich eher schwarz im vorteil sogar ohne er schwarz ist im vorteil schwarze schwarze läuferpaar wir ist es viel viel mächtiger und kräftiger unterwegs als das weiße läuferpaar und der turm auf a1 von weiß spielt überhaupt nicht mit und das nutzt der materialvorteil überhaupt nichts auf der weißen seite stattdessen habe ich noch damit die zwei schwarz springer d3 gespielt weiß schlägt ja das muss natürlich so zurückgeschlagen werden schlägt schlägt turm d1 läufer schlägt c4 turm steckt auch nach die sieben reihen wahrscheinlich sowas und ja ich ist ausgeglichen auch wieder trotz des des quantitätsvorteils für weiß aber weiß oder schwarz blandert und schlägt mit dem läufer dann ist natürlich nach turm d12 haben jetzt verliert eine figur zusätzlich zur qualität und jetzt gibt es auch keine tricks mehr irgendwie mit grundreihen matt oder ähnlichem das und schwarz geht auf schwarz geht auf war finde eine interessante interessante fortsetzung eine interessante partie hier in dieser springer f3 geschichte die eben deutlich weit weniger aggressiv ist als das hier als die g4 sache aber darauf abzielt dass man mit ich hätte schon fast gesagt mit normalen entwicklungszügen jetzt mit weiß entwicklungsvorteil hat der den gambit bauern im form gambit mit vertauschten farben wert ist 6 naheliegend kurze ruchade ja das okay ist eine der eine der drei optionen kurze ruchade damit zwei spieler c3 von spieler g5 für dich halt er wirklich die finger lassen mit tempo entwickeln und weg hoch hier mit schwarz ist auch keine frage kann man machen wie gesagt dieses diese den c bauern vorstoß hier mit c4 die fand ich nicht so prickelnd es gibt eine vorgänger partie die schon aus 2010 ist aber zwischen zwei deutlich 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 schwächeren spielern was nichts heißen muss aber da hat dann weiß es mit c3 versucht weiß ich jetzt auch nicht ja also ich würde jetzt hier wieder einfach spieler c3 spielen und dann wenn mit spieler c6 kommt erst mal mit a3 fortsetzen damit ist hier keine 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 ausflug das und kein vertreiben dass er nun sehr starken weißfältigen läufers auf d3 dass er da nicht vertrieben werden kann durch springer b4 und dann mal gucken wir weiter spielen und mal schauen gut damit kommen wir zur vierten partie aus denn die ist jetzt wirklich wieder aus dem letzten monat denn da hat sich tatsächlich was in diesem wochen schluck kaffee vornehmen in dem neuesten in dem jüngsten ich will nicht sagen mosaik stein sondern baustein in unserem projekt der feuer vogel das ja die pferdebremse the horsefly defense hat sich tatsächlich auch im letzten monat also jetzt vor gut zwei wochen etwas getan mit einer partie die ich euch nicht vorenthalten will dafür muss ich wieder mein berühmtes fenster wechseln und zwar muss ich hier hin und was die spieler anzeige angeht muss ich auch tschüss david und herzlich willkommen alex alex kapalicu gegen angelo bordignon eine partie vom 12 juni wobei also datenbanken sind ja auch man glaubt ja immer alles ne also glaubt nix also er glaubt schon aber aber glaubt nicht über blind alles also bei dieser partie ist die einstellung oder die 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 daten die tech daten was zum beispiel das datum angeht so dass es in der partie steht zwölfter sechster und das turnierdatum an dem die partie die runde in der das turnier gespielt wurde sagt 10.6 so also ich könnte jetzt eben jetzt nicht beschwören vor gericht herr vorsitzender hohes gericht diese partie wurde nach datenstand am 12.6 gespielt vielleicht auch am 10.6 wer weiß es schon aber jeden fall jetzt aus im juni 2023 zwischen kapalicu und bordignon in dem turnier inforni di sopra ich glaube das ist wirklich italien aber ich habe mir das ehrlich gesagt vorher nicht angeguckt zwei spiele um die 2000 weiß knapp unter 2000 schwarz knapp drüber und wir reden jetzt ja hier nicht von einem online blitz rating sondern von einem viele rating over the board also was total seriöses und es kommt zu f4 dem feuervogel und zu springer h6 the horsefly defense klingt auf englisch irgendwie ein bisschen cooler als die deutsche übersetzung pferdebremse der ist aber so die horsefly ist die pferdebremse da hat mir auch unser schachfreund oberlappen hat versucht mir zu erklären dass das im englischen gar nicht so gemeint ist ich glaube aber doch also jedenfalls wenn ich ein stick noch gucke dann ist eben horsefly pferdebremse und das ist eben jetzt etwas was das pferd nervt hier soll ja eigentlich das pferd den feuervogel nerven ja aber die pferdebremse ist ja eigentlich so ein summe des dickes dickes insekt mit stachel dass das pferd nervt naja es wird ist jemand hat sich den namen ausgedacht das war ich ja nicht und jetzt muss die eröffnung oder die variante gucken wie sie damit zurechtkommt ist natürlich heute auch genau richtig hier in dem video eine partie mit der pferdebremse zu zeigen weil gerade in aachen ja hier ist an diesem wochenende der höhepunkt des wichtigsten reitturniers des jahres der ganzen welt ist das berühmten chio dann auch ganz viele pferde bei uns jetzt gerade in der gegend unterwegs und weiß spielt e4 das ist ja die prinzipielle fortsetzung die ich auch jüngst erst also glaube sogar erst gestern vorgestern in der beschäftigung mit der pseudo skandinavischen pferdebremse in einem eigenen theorie video mich damit beschäftigt habe denn das ist auch das was schwarz hier spielt die pseudo skandinavische pferdebremse pferdebremse weil es eben f4 springer h6 ist ja und pseudo skandinavisch skandinavisch ist klar wegen dieses hat seinen namen her wegen dieses hebels e4 d5 der aber im original skandinavisch ja im ersten zug entsteht original skandinavisch ist ja erstens e4 und sofortiges d7 d5 und alle nebenvarianten in eröffnungen in denen dieser hebel e4 d5 im zweiten noch seltener im dritten zug kommt benenne ich bezeichne ich als pseudo skandinavisch kommt natürlich der einzige und andere auch aber sonst würde ich trotzdem auch als alle als alleiniger machen weil es varianten sind die nicht durch zug umstellung dann in ein normales skandinavisch führen dass hier im normalen skandinavisch steht kein schwarzer springer auf h6 und kein weißer bauer auf f4 ein anderes beispiel für eine pseudo skandinavische variante ist in der nimzevic verteidigung im dark night system gegen e4 wenn dann weiß was sehr oft vorkommt zweiten springer f3 spielt kann und sollte auch schwarz d7 d5 spielen und dann haben wir auch eine pseudo skandinavische variante in der nimzevic verteidigung weil auch hier nicht durch zug umstellung etwas normales skandinavisches passiert denn auch im normalen skandinavier hat ein schwarzer springer auf c6 nichts verloren jedenfalls nicht so früh und ein weißer springer auf f3 hat auch so früh da nichts verloren da muss man wirklich eine einzige neben unterzug folge finden die es dann gibt die aber in der praxis nie aufs brett kommt in der man mit der man argumentieren könnte ja da könnte jetzt doch noch durch überleitung was aus dem richtigen skandinavisch entstehen deswegen ist das auch hier im feuer vogel f4 pferdebremse springer h6 e4 d5 die pseudo skandinavische pferdebremse und die theoretische fortsetzung um dies geht ist dieser zug schlagen klagen spieger c3 man kann auch mit weiß wie ich ja in dem letzten video von gestern dass ihr euch auch gerne angeguckt habt schaut euch das an in dem video über die pseudo skandinavische pferdebremse das video heißt auch so gezeigt habe kann man auch die drei spielen auch wenn es mindestens ein schachvideoautor gibt der sagt nach dem end nach dem tauschen und dem damen tauschen auf die 1 ist das ein spiel besser für schwarz nein sage ich ist es nicht also könnte ich angucken warum das ist auch nicht großartig besser für weiß aber es können beide seiten spielen und da hat weiß aber wirklich mindestens so viele chancen wie schwarz also da steht auch nicht schwarz nur etwas besser das ist also mindestens ausgeglichen wenn ich sogar eher ein tick besser für weiß was ja auch nach fünf zügen der fall sein sollte hier in der partie spielte jetzt weiß etwas was ich nicht empfehle aber jetzt kann man zumindest mal sehen was könnte dann so passieren das ist das das ist das vorbeiziehen die dritte möglichkeit ist meines erachtens die schlechtesten die die hier gespielt wurde für weiß das vorbeiziehen schon fast aus prinzipiellen erwägungen weil jetzt hier die weißen felder schwach sind geschwächt sind aus für weiß hat weiß keine wirkung drauf und es ja unter anderem dieser 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 gaul hier der der springer h6 ja eigentlich genau dahin will nach f5 und da macht man sie meines erachtens ein bisschen zu einfach wobei das kann auch in die hose gehen wenn er natürlich zum falschen zeitpunkt nach f5 strebt dann aber das ist dann schon fast eher taktischer fehler schwarz spielt hier c5 was ich denke auch was vollkommen richtig ist und vernünftig ist und weiß spielt springer f3 läufer g4 ich würde ehrlich gesagt grundsätzlich davon abraten den läufer nach g4 zu bringen wenn man den springer nach f5 bringen will weil dann steht er vielleicht ein bisschen wackelig weil er dann da nicht mehr zurück kann und auch hier und hier also die die kombination läufer auf g4 und springer auf f5 die ist nicht so ganz überzeugend finde ich vielleicht noch sehen beispiel läufer b5 schwarz spielt springer c6 jetzt hochiert weiß noch man hätte auch über direktes läufer schlägt c6 nachdenken können aber jetzt kommt es mit einem nur kurzer verzögerung kurze ruchade e6 oder hätte es kommen können beispielsweise c3 ich finde auch dass jetzt noch läufer schlägt c6 und b schlägt c6 eine interessante variante oder eine nicht variante sondern variation eine interessante variation der des motivs der bauernformation die wir aus dem einfachen feuervogel erkennen ergeben würde das erinnert ja dann jetzt sehr klar an die bauernformation die wir im einfachen feuervogel der da lautet für die das nicht vom radar haben 4 d5 springer f3 springer f6 e3 c5 b3 springer c6 v5 e6 das ist ja das was wir im sogenannten einfachen feuervogel mit weiß erreichen wollen dieser doppelbauer der schlecht ist für schwarz auch wenn er gar nicht so aussieht aber der wird der wird mit mit zug zu zug wird er immer schlechter isolierter bauer am rand noch mit dazu und das hier wäre nach in der stellung hier eine interessante variation dieselben themas mit dem unterschied der läufer ist schon raus aber ist das jetzt gut für schwarz oder schlecht mit dem unterschied der springer steht auf h6 das steht auf f6 ist das jetzt gut für schwarz oder nicht also ich sage das ist definitiv schwächer schlechter für schwarz und der weiße e bauer der sonst im einfachen feuervogel erst mühsam über e2 e3 nach e4 gebracht werden muss der steht jetzt sogar schon auf e5 das sind unterschiede die ich aber in summe eher als positiv für weiß ansehen aber dazu ist es nicht gekommen weil weiß hier in dieser partie eher so wahrscheinlich so in der in der welt der französischen vorstoß variante sich geistig bewegt hat und hier mit c3 und d4 so etwas herstellen wollte französisch französische vorstoß variante wäre dass das dass das und jetzt in fünf wenn dann c5 dann c3 aber auch in der französischen vorstoß variante wiederum das spiel oder eigentlich nicht unbedingt f214 war eigentlich eher nicht deswegen passt das irgendwie so ganz zusammen aber naja die ganze eröffnung ist ja auch irgendwie etwas komisch entstanden wenn man so will aus gerade auch aus weißer sicht und versucht jetzt mit c3 vielleicht wieder in etwas normaleres fahrwasser zu kommen schwarz spielt dabei b6 befragt den läufer der schlägt jetzt dann doch und erstaunlicherweise nimmt jetzt war schwarz mit dem bauern und wir haben es tatsächlich diese das motiv die eine variation des motives der eben schon aufgezeigten zielbauernstellung aus dem einfachen feuervogel warum schwarz hier nicht mit dem mit der dame nimmt kann ich sagen aber es scheint so zu sein dass auch hier durchaus ja mit angelo bordinio mit 2044 klassisches viele rating ein stärkerer spieler sich der probleme die hierdurch entstehen können auf lange sicht gar nicht bewusst ist und sagt sich lieber nur ich bleib doch hier mit der dame auf der diagonalen stehen da steht ja der weiße könig so prickel aber dann muss das auch taktisch funktionieren sage ich mal beispiel h3 naja und schwarz setzt das hier fort und sagt mit abzug schacht c5 c4 und abzug schacht könig hat zwei läufer f5 ja wenn man der läuft muss er ziehen ist klar läuft hat jetzt hier eine super wunderbare diagonale aber auf dem feld auf dem er steht da steht er nun dem eigenen springer im weg beispiel springer e1 eigentlich mag ich solche züge natürlich steht schwarz jetzt hier besser deutlich besser aber eigentlich mag ich solche züge weil die sind die sehen ein bisschen krumm aus ja aber sie tun jetzt tatsächlich etwas sehr konkretes überdeckt jetzt d3 von hier aus und will auch die will auch die 2 d4 mit unterstützt dass es tut was man hätte allerdings auch gleich noch etwas radikaler jetzt das wäre vielleicht auch angesagt gewesen sofort d4 spielen auch wenn das ein bauern kostet sie steckt aber wenn nicht das ist ja gut aber c3 schlägt die vier um passant dann dame a4 ja dann hindert das auch den c6 erst mal am weiteren am weiteren vorstoßen also das wäre vielleicht angesagt gewesen für weiß stattdessen eben dieses springer e1 was ich allerdings auch lustig finde und läufer e4 ja macht ja jetzt absoluten sinn aber muss erstmal platz geschaffen werden für den für den springer dass der nach e5 kann auch jetzt wieder d4 das zieht sich jetzt ein bisschen durch stattdessen spielt weiß a4 schwarz entwickelt läufer e7 springer a3 also weiß weiß steht schlechter sehr beengt und macht bringt aber gezielt mit so krumm erscheinenden zügen die noch so gerade gehen versucht er jetzt seine zunächst mal den damenspringer in irgendeine art von entwicklung zu bringen der der läufer ist natürlich die katastrophe der so wieder hier eingeklemmt ist weil man eben dieses c5 c4 so zugelassen hat aber jetzt kommt er fünf von schwarz und das ist glaube ich ein positioneller fehler und ins nicht taktisch aber schwarz hat glaube ich hier tatsächlich im welchen zug sind wir im elften zug hier läufer e4 gar nicht gespielt mit der absicht dem den springer das feld e5 zu eröffnen sondern gespielt mit der absicht f7 e5 hinterher zu schicken und damit diesen läufer hier sozusagen nicht unsterblich zu machen aber so bombenfest zu zementieren dass wenn dann ein weißer springer sich gegen den läufer tauscht ja dann ein schwarzer bauer auf e4 zurück steckt und damit ein fast freibauer entsteht ich sag es mal so weil noch haben wir hier den d bauern ja noch den weiß aber das war glaube ich die falsche idee also a4 läufer e7 springer a3 und jetzt f5 zum beispiel d3 c schlägt d3 springer schlägt d3 ja der plan wenn das der plan von schwarz war geht der immer noch auf es steht der läufer natürlich der ist natürlich kein schlechter läufer ja obwohl er hier vier schwarze bauern hat die auf seiner felderfarbe stehen aber wenn der läufer vor den bauern steht den eigenen die auf der eigenen felderfarbe steht ist ja kein schlechter läufer wenn der läufer noch auf d7 oder auf c8 stehen würde wäre es schlechter läufer aber nicht mehr auf aber nicht auf e4 da steht sozusagen wie ein libero vor der abwehr und fußballvergleich zu wählen ja aber es hat den nachteil dass der schwarze königsspringer jetzt über f7 entwickelt werden muss also wieder ins spiel kommen muss sagen wir so springer f2 g6 also irgendwie stellt hier schwarz jetzt noch mehr alles auf weiße felder um vielleicht noch mal zu betonen der läufer ist gar kein schlechter läufer ich kann sogar noch ein bauern auf ein weißes feld stellen sprunger c2 und den nächsten zug verstehe ich jetzt ehrlich gesagt aber überhaupt nicht also klar schwarz weiß wir jetzt vielleicht sowieso was machen ja und argumentieren dass der bauer 6 dann als basis der bauernkette eine schwäche ist aber jetzt schlägt schwarz mit dem läufer auf c2 schlägt jetzt den stadt nachdem er den läufer so stark befestigt hat schlägt dann tauscht jetzt einfach ab damit c2 ja die idee ist g5 um daraus dann jetzt vielleicht ein königsangriff zu machen aber ich würde mal sagen spätestens jetzt ist die partie gekippt spätestens jetzt ist die partie gekippt weil da droht gar nicht so viel springer d3 h6 a5 damit c7 und weiß bekommt auf einmal gegenspiel b4 weil der läufer ist jetzt auch nicht mehr so schlecht der kommt sowieso irgendwie hier rüber wurde aber nicht gespielt und stattdessen c4 ist auch nicht schlecht turm c8 und jetzt mit läufer e3 oder mit b4 kurze hochrade turm b1 fortsetzen und weiß hat nicht nur gegenspiel sondern weiß hat die partie wenn man so will gedreht oder die partie ist gekippt und jetzt ist weiß nicht viel aber leicht im vorteil und kann das so weiterspielen aber das weiß nicht gemacht sondern weiß hat vielleicht zu viel energie verbraucht weil er stand ja nun über viele züge jetzt deutlich deutlich schlechter und sagt jetzt puh da bin ich ja noch mal rausgekommen und sagt sich auf remi ich spiele das jetzt ich versuche das jetzt festzulegen und spielt nach turm c8 c4 c5 damit legt weiß hier mit diesem mit diesem widder sowohl am damenflügel und eigentlich auch schon auch hier hier haben wir zweiten wieder da spielt der gedeckte freibauer macht da spielt er ehrlich gesagt keine große rolle denn kann seinem leben ja nicht vorstoßen legt das fest und hier haben sich dann beide spieler auf remi geeinigt also so ist es auch ausgeglichen also das mit dem remi ist jetzt vom vom partie ergebnis jetzt hier soweit okay aber die partie war eigentlich schon so gekippt dass schwarz jetzt diesen weiß diesen diesen hebel hätte stehen lassen können und wie angezeigt zum beispiel mit b4 kurzer hochrad und turm b1 und dann kommt dann hier irgendwann der 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 läufer nach e3 das hätte weiterspielen können und zwar mit dem ziel partie zu gewinnen steht nicht auf gewinn aber steht besser während ihm in der in den zügen davor aus der eröffnung heraus stand schwarz besser und das ist dann jetzt für uns für das feuer vogel projekt relevant oder interessant das ist an die partie ist eigentlich eine bestätigung dass hier in der pseudo skandinavischen pferdebremse das vorbeiziehen keine gute idee ist von weiß das ist das ist keine gute idee und das ist auch in dieser partie hier hat das hat das nicht gut funktioniert dass ich rate davon ab dass so das zu versuchen denn da hatte schwarz schon einige möglichkeiten die sich daraus ergebenden stellungsbilder positiv für sich auszunutzen und die partie eigentlich sogar im im schon im übergang von eröffnung zum mittelspiel zu gewinnen gut das waren die schon der rückschau in den juni also da hat sich jetzt im thema angenommen abgelehntes tschuldigung abgelehntes froben gambit und froben gambit mit vertauschten farben und pferdebremse nicht so viel getan und wir werden das jetzt monatlich machen also ich will jetzt immer am anfang eines neuen monats zurückschauen was jetzt an meister partien und amateur partien sich getan hat in den vier wochen davor und das spektrum wird natürlich immer größer werden weil wir ja weitere bausteine von systemen und von feuer vogel varianten in unser projekte aufnehmen das nächste was jetzt ansteht im in dem jetzt im monat juli ist die etwas strukturiertere verfassung und einmal darstellung des einfachen feuerfug ist nachdem wir ja schon in vielen partien meinem live play auf auf twitch kennt kennt das ja die die zuschauer aber das jetzt auch mit mit datenbanken und mit mit datenbanken und mit mit analysen hier mal theoretisch aufzuarbeiten das steht ja noch aus und das wird jetzt der schwerpunkt der der eigenen so viel projektarbeit jetzt im juli aber auch wahrscheinlich gar mehr als einen monat für bedeuten und dann erweitert sich das erweitert sich das programm und das repertoire der feuer vogel wird nie zu ende fliegen das ist das schöne am phoenix selbst wenn man abstürzt oder in flammen aufgeht kommt wieder neu vielen dank bis hierhin und ja probiert es aus also gegen die pferdebremse pseudoskandinavisch spielen das frumgabit ablehnen und sich freuen wenn jemand mal die symmetrie variante gegen euch spielt und da das frumgabit mit vertauschten farben spielen gutes gelegen auch mal die